Als 2020 die ersten Meldungen über Covid-19 kamen und kurz darauf Lockdown-Maßnahmen in aller Welt gestartet wurden, wurde zum Beispiel die EU aktiv. Anfang Mai 2020 hat die EU zu einer großen Geberkonferenz geladen, auf der Gelder für den Kampf gegen Covid-19 gesammelt wurden. Das Ziel war es, 7,4 Milliarden Euro einzusammeln, was damals 8 Milliarden Dollar entsprach, über die Verwendung der Gelder, schrieb der Spiegel am 4. Mai 2020. Ziel der Initiative ist, dass alle Kräfte für die Forschung an Impfstoffen und Arzneien gebündelt werden und alle Länder weltweit, auch Ärmere, davon profitieren. Das klang so wie alle Hurra-Meldungen über Geberkonferenz ganz toll. Ich habe seinerzeit sofort in einem Artikel erklärt, dass diese Gelder keineswegs dazu genutzt würden, arme Länder von irgendwas profitieren zu lassen, sondern dass es einzig und allein um ein gigantisches Geldgeschenk an die Konzerne ging. Natürlich hatte ich damals noch nicht das Wissen, dass ich anderthalb Jahre später bei der Recherche für dieses Buch angesammelt hatte. Aber es war auch damals schon offensichtlich, für wen das Geld bestimmt war. Heute wissen wir, dass den Pharmakonzernen mit dem Geld die Entwicklungskosten für die Impfstoffe bezahlt werden. Danach haben die Pharmakonzerne dann Verträge mit der EU und anderen Staaten abgeschlossen, ohne jedoch dabei zu berücksichtigen, dass eben diese Staaten ihnen die Entwicklung der Impfstoffe bezahlt haben. Rabatte gab es keine, im Gegenteil. Die Staaten und auch die EU haben in den Verträgen, die bis heute weitgehend geheim sind, Vorkasse geleistet und auf praktisch alle Rechte verzichtet. Die Konzerne haften nicht für Impfschäden, sie haften noch nicht einmal, wenn sie verspätet liefern. Sie haften für gar nichts. Das war für die Konzerne und ihre Aktionäre das ultimative finanzielle Rundum-Wohlfühlprogramm. Sie mussten keine Entwicklungskosten bezahlen, haben die Patente auf sich selbst angewältet, haben dann Vorkasse kassiert und sind gleichzeitig von jeder Art der Haftung gefeit worden. Und das edle Ziel, auch den armen Ländern einen gleichberechtigten Zugang zu den Impfstoffen zu gewähren, wurde ebenfalls nicht umgesetzt, wie wir heute wissen. Jetzt, November 2021, sind zwar in den reichen Ländern des Westens genug Impfstoffe vorhanden, um den Menschen bereits Drittimpfungen anzubieten, aber in den armen Ländern der Welt liegt die Impfquote bei drei Prozent. Um auch diese Länder zu impfen, wurde zunächst COVAX aufgelegt und dann wurde Anfang 2021 der offene Brief an das Weiße Haus geschrieben, in dem unter anderem Pfizer gefordert hat, US-Präsident Joe Biden möge einen internationalen Impfgipfel veranstalten und sicherstellen, dass bis Sommer 2022 70 Prozent der Weltbevölkerung geimpft werden. Wobei die Rechnung natürlich in erster Linie der Steuerzahler der USA und der EU die Rechnung bezahlen. In dem offenen Brief stand jedoch nichts davon, dass die Pharmakonzerne ihre Preise senken sollten, weil die Staaten ihnen die Entwicklungskosten bezahlt hatten. Und als es kurzzeitig eine Diskussion über die Aufhebung des Patentschutzes für Covid-Impfstoffe gab, da haben die Hersteller protestiert und Patentschutz für ihre Forschungsergebnisse gefordert. Und Bill Gates, der größte Finanzierprofiteur der Impfkampagne, sagt in einem Interview mit der Zeit zum Thema Aufhebung des Patentschutzes für die Impfstoffe, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Und kein Journalist hat den Mann am Kragen gepackt, kräftig geschüttelt und dann gefragt, mit welchem Recht sollen Pharmakonzerne Patentschutz für Impfstoffe genießen. Wenn die Staaten die Entwicklungskosten getragen haben, sollen die Patentrechte nicht bei jenen liegen, die die Entwicklung finanziert haben, aber ich schweife wieder ab. Kommen wir zurück zur Geberkonferenz der EU vom Mai 2020. Das Sieg, 7,4 Milliarden Euro einzusammeln. Wurde sogar übertroffen. Die EU meldete, dass sie sogar 9,8 Milliarden mobilisiert habe. Und über die Verwendung der Gelder schrieb sie, den globalen Gesundheitsorganisationen werden folgende Beträge zugewiesen. Bevor ich zu den darauffolgenden Verteilungen der Gelder komme, möchte ich auf den Begriff hinweisen, den EU verwendet hat. Sie spricht von globalen Gesundheitsorganisationen, die die Gelder erhalten haben. Die EU schrieb dann rund 1,1 Milliarden Euro über die Koalition for Epidemic Preparedness Innovation, Koalition für Innovationen zur Vorsorge gegen Epidemien, CP, für die Entwicklung von Einsatz von Impfstoffen. Rund 488 Millionen Euro über Gavi, die Allianz für Impfstoffe. Dieser Betrag umfasst nicht die allgemeinen Ankündigungen, die der globalen Impfgipfel am 4. Juni erfolgen werden. Fast 257 Millionen Euro über Covid-19 Therapeutics Acclarator, eine Initiative mit der Entwicklung und Einsatz von Behandlungsmöglichkeiten verbessert werden sollen. Mehr als 60 Millionen Euro über die Foundation for Innovative New Diagnostics, Stiftung für Innovative neue Diagnostika, Feind für Entwicklung und Einsatz von Diagnostika. 2,6 Milliarden Euro über die Weltgesundheitsorganisation, WHO, zur Stärkung der Gesundheitssysteme. 15,7 Millionen Euro über den Global Funds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria. Mindestens 700 Millionen Euro für nationale Covid-19 Forschungsprojekte. Gehen wir die Liste mal durch. CP und Gavi kennen wir. Die beide haben schon zu Beginn der Pandemie knapp 1,6 Milliarden Euro von der EU bekommen und stehen beide unter der Kontrolle von Bill Gates. Beide haben die Gelder dann an die Pharmakonzerne weitergeleitet. Der Covid-19 Therapeutics Acclarator ist jedenfalls eine Initiative von Bill Gates und dem Wellcome Trust, für der sie je 50 Millionen Dollar bereitgestellt haben. Dazu kam noch der Mastercard Impact Found, der 25 Millionen Dollar beigesteuert hat. Die Initiative wurde extra für die Geberkonferenz der EU gegründet, denn die Geberkonferenz stellte das Geld im Rahmen der Access to Covid-19 Tools Act Acclarator, kurz zur Verfügung. Diese Kampagne wurde am 24. April 2020 von der WHO, der Gavi, der CP und anderen Stiftungen auf den Weg gebracht und Covix ist ein Instrument von SCT Acclarator. Der SCT Acclarator hat drei Partnerschaften geschlossen. Die EU schreibt dazu, bei Impfstoffen sind die Koalition für Innovationen zur Vorsorge gegen Epidemie CP und die globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung in Gavi federführend. Bei Behandlungen würden der Covid-19 Therapeutics Acclarator ein neues Gemeinschaftsunternehmen der Gates Stiftung und der Wellcome Trust zusammen mit Unitate die Verantwortung übernehmen. Im Bereich der Diagnostiker sind die NRO Find Stiftung für innovative neue Diagnostiker und der globale Fonds federführend. Im Bereich Impfstoffe und Behandlung gibt die EU die von ihr gesammelten Gelder von Organisationen, die Bill Gates alleine oder zusammen mit der Wellcome Trust kontrolliert. Im Bereich Diagnostik geht Geld an Feind und den Global Fund. Den Global Fund werden wir uns im Kapitel über die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO-SDG anschauen. Daher will ich hier nur Feind kurz erklären. Feind hätte fast ein eigenes Kapitel in diesem Buch bekommen. Denn Feind ist in den Daten von Mr. X immer wieder aufgetaucht. Feind sammelt Gelder zur Entwicklung von Diagnostiktechniken von Krankheiten ein. Dabei arbeitet Feind sehr eng mit Carb-X zusammen, einer NGO, die ebenfalls von all unseren Philanthropen finanziert wird und sich auf Erforschung von multiresistenten Keimen spezialisiert hat. Das Feind und das Carb-X entgegen unserer ursprünglichen Planung kein eigenes Kapitel in diesem Buch bekommen haben, obwohl sie von den gleichen Leuten und Stiftungen finanziert wurden und damit von ihnen genau abhängig sind wie die anderen NGOs, die in diesem Buch behandelt werden. Hat einen einfachen Grund. Die Muster der Finanzierung von Feind und Carb-X passen nicht zur Pandemievorbereitung. Wenn wir bei den anderen in diesem Buch genannten NGOs, Thinktanks und Stiftungen anhand der Geldflüsse und Aktivitäten klar sehen, dass sie in den Jahren vor der Pandemie extrem aktiv waren oder sogar extra gegründet wurden. Siehe zum Beispiel CP und die Aktivitäten von Feind und Carb-X stabil und weisen keine solchen erkennbaren Muster auf. Das hat Mr. X, mich, Werns, unsere Arbeit und diesem Buch zu einem bitteren Scherz gebracht. Erst die nächste Pandemie, wo von einem multiresistenten Keimen kommen wird. Auch Feind steht unter weitgehender Kontrolle von Bill Gates, denn seine Bill & Melinda Gates Foundation hat Feind seit 2011 etwa 80 Millionen Dollar überwiesen. Im Jahresbericht von Feind für 2018 kann man erfahren, dass Feind in dem Jahr 57,5 Millionen Dollar an Spenden eingenommen hat. Davon kamen 6,8 Millionen von Gates und 7,3 Millionen von Global Fund. Der Rest kam fast komplett von verschiedenen Stadtmann-Regierungen. Das Prinzip der öffentlich-privaten Partnerschaften, bei denen die Steuerzahler zahlen und die Oligarchen und Konzerne verdienen, gilt auch bei Feind. Da auch die WHO-Weikin von Bill Gates gekapert wurde, kann man festhalten, die EU hat über die Verwendung von ca. 4,2 Milliarden Euro berichtet, die sie im Rahmen der Geberkonferenz vom Mai 2020 eingesammelt hat. Von diesen ca. 4,2 Milliarden sind 3,5 Milliarden an Organisationen gegangen, die von Bill Gates gegründet und oder von ihm mit kontrolliert werden. Ob die 700 Millionen für nationale Covid-19-Forschungsprojekte bereitgestellt wurden, ebenfalls in Projekte fließen, auf denen Gates seine Hände hat, ist nicht ersichtlich, aber nicht ausgeschlossen. Das aber ist in der Öffentlichkeit weder bekannt noch bewusst. Dabei hat die EU-Kommission aus Anlass der Geberkonferenz sogar einen dreiseitigen Werkblatt veröffentlicht, auf dem das sehr anschaulich visualisiert wird. Ganz oben steht der ACT Acclarator, der die weltweite Führungsrolle übernehmen soll. Darunter kommt eine Moderationsgruppe zur Überwachung und Berichterstattung über die Fortschritte zur Mobilisierung von Ressourcen und für den Kontakt mit Interessengruppen, Partner des öffentlichen Sektors und gemeinnützige Partner des privaten Sektors. Und als Partner werden aufgeführt WHO, Bill & Milner Gates Foundation, Weltwirtschaftsforum und WillContrast. Die sollen den ACT Acclarator der EU für den Kampf gegen Covid-19 umsetzen. Wie das gehen soll, geht auch aus der Grafik hervor. Die WHO soll das über eine Koordinierungszelle unterstützen und federführend bei der Produktverteilung sein. Wobei sie von dem von CEPI und Gavi und dem von Bill Gates extra dafür aus der Taufe gehobenen Therapeutics Acclarator unterstützt wird. Weitere Unterstützer sind der Global Fund, FIND und UNITATE. UNITATE wurde 2006 gegründet und ist bei der WHO angesiedelt. Die Aufgaben von UNITATE ist es, zentral Medikamente einzukaufen, die dann über Programme der Partner von UNITATE verteilt werden. Das klingt auch wieder gut. Bedeutet aber folgendes, das wichtigste Finanziers von UNITATE sind wieder die Staaten, in diesem Falle Frankreich, Großbritannien, Norwegen, Brasilien, Spanien, die Republik Korea und Chile. Außerdem nennt UNITATE auch die Billung Melinda Gates Foundation als wichtigen Geldgeber. Insgesamt wird UNITATE von seiner Gründung 2006 bis 2019 Projekte für 1,3 Milliarden Dollar umgesetzt. Wieder gilt der Regel des öffentlich-privaten Partnerschaften, bei denen die großzügigen Philanthropen etwa 10 Prozent geben und sich den Rest von den Staaten bezahlen lassen. Denn zu den 1,3 Milliarden hat Gates 100 Millionen beigetragen. Mit den eingetriebenen Geldern werden dann Programme von Philanthropen mit Medikamenten versorgt, die wiederum bei der Pharmakonzernen eingekauft werden müssen, an denen die Philanthropen beteiligt sind. Unter den Partnerorganisationen, die von UNITATE unterstützt werden, sind wieder viele alte bekannte Medizins von MalariaVenture, Find, Pass, der GlobalFound und so weiter. Wir haben es also mit einem sehr ausgeknudelten System zu tun, bei dem die Philanthropen als Weltenretter präsentiert werden, die ihr Geld ganz selbstlos zur Rettung der Welt bereitstellen, im Wirklichkeit aber die Steuerzahler die Rechnung bezahlen, indem sie für die Programme nötigen Waren bei den Konzernen einkaufen, an denen die edlen Philanthropen beteiligt sind. Und dieses System findet sich einfach überall. Und die EU-Geberkonferenz von Mai 2020 hat all die Milliarden genau dafür ausgegeben. Die SEPI ist ein weiteres Instrument in diesem Spiel und sie stand nach ihrer Gründung genau gleichzeitig bereit, um ihre Rolle bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu übernehmen. Ein wahrlich gutes Timing. Bill and Melinda Gates Foundation. Bill Gates wird von den Medien heute als selbstloser Mann dargestellt, der großzügig sein Vermögen einsetzt, um die Welt vor allen möglichen Katastrophen zu bewahren, die Bildung von Kindern zu fördern, Krankheiten zu bekämpfen und natürlich Impfungen zur Förderung. Das alles tut Bill Gates, so die heute verbreitete Legende nur aus Liebe zur Menschheit. Das Bild von Bill Gates in den Medien war aber nicht immer so positiv, wie es heute dargestellt wird. Die Älteren unter uns erinnern sich an die 90er Jahre, als Bill Gates sehr negative Presse hatte, weil er mit Microsoft rücksichtslos ein Monopol aufgebaut hatte. Gates war als gruppelloser Macht- und weltgäriger Geschäftsmann bekannt, der ohne zu zögern zu ausgesprochen unfairen Mittel gegriffen hat, wenn sie ihm nutzten. Im Oktober 1997 erschien zum Beispiel ein Spiegelartikel mit der Überschrift Microsoft Verschwörung gegen die Verbraucher, in dem ein Anwalt interviewt wurde, der unter anderem warnte, wenn es so weiter geht, gehört Bill Gates bald alles. Die Computerindustrie, die Medien, die Banken. Wir müssen diese Monopolisierung verhindern. Das US-Justizministerium muss gegen Microsoft einschreiten. Damals gab es Rufe nach einer Zerschlagung des Microsoft-Konzerns von Bill Gates, weil dessen Macht so groß geworden war. Aus der Zerschlagung ist bekanntlich nichts geworden und wie groß die Macht von Bill Gates heute ist, das sehen wir in diesem Buch zu deutlich. Am Ende des Interviews sagte der Anwalt über die Bewunderung anderer Unternehmer für Bill Gates einen wichtigen Satz. Unternehmer begeistert der Profit, aber das Lob dieser Leute bedeutet doch nichts. Schon Adam Smith sagte, wenn Unternehmer zusammenkommen, verschwören sie sich gegen die Verbraucher. Ich habe nichts gegen Unternehmer, im Gegenteil. Ich habe großen Respekt und Hochachtung vor ihnen. Aber es stimmt eben auch, dass sie in erster Linie Geld verdienen wollen und dass sie die Erfolgreichsten unter ihnen in der Regel die sind, denen Geld besonders wichtig ist und die dafür auch zu unmoralischen Mitteln greifen. Das kritisiere ich nicht einmal. Es liegt einfach in der Natur der Sache. Wenn jemand wirklich erfolgreich ist, dann geht es nicht mehr um Geld. Denn wer zehn Villen, ein paar Yachten und Privatschitz hat, der braucht nicht noch mehr Geld. Dann geht es um Macht. Und Geld ist bestenfalls noch der Maßstab, an dem man Macht zum Einfluss messen kann. Wir haben gesehen, dass die meisten unserer edlen Philanthropen in ihrem frühen Leben als Geschäftsleute hochgradig skrupellos waren, wenn es darum ging, ihre Ziele zu erreichen und Geld und Macht anzuhäufen. Wie realistisch ist es da, dass die über Nacht zu Menschenfreunden werden, die all ihr mühsam aufgebautes Vermögen mit vollen Händen zur Rettung der Menschheit ausgeben. Wie wir gesehen haben, verdienen die in Wahrheit an ihren philanthropischen Projekten. Sie denken sich wohlklingende Parolen aus und sammeln in deren Namen Geld ein. Es geht nicht darum, Gutes zu tun. Es geht um Macht und Geld. Wir müssen uns daher an das Zitat von Adam Smith erinnern und uns in Erinnerung rufen, dass all jene, die uns von Medien und Politik als großzügige und selbstlose Philanthropen präsentiert werden, Unternehmer sind. Und nicht nur das, es handelt sich bei ihnen um die reichsten und mächtigsten Unternehmer der Welt, die ihre Macht und ihren Reichtum mit teilweise ausgesprochen skrupellosen Mitteln angehört haben. Bill Gates und seine Gier nach Macht, die er ursprünglich mit dem Monopol von Microsoft erreichen wollte, ist dafür nur ein Beispiel. Nehmen wir George Soros, der heute von Medien und Politik ebenfalls als edler Kämpfer für freie Gesellschaften, Menschenrechte und Demokratie gefeiert wird. Erinnern Sie sich noch daran, wie der so reich und mächtig geworden ist? Der Stichtag von Soros war der 16. September 1992. Der Tag als Schwarzer Mittwoch in die Börsengeschichte eingegangen. Spekulanten, der wichtigste davon war Soros, hatten Wetten gegen das britische Pfund abgeschlossen. Und als die Währung einbrach, haben die Spekulanten gigantische Summen verdient. George Soros hat egoistisch und skrupellos ein Land angegriffen und damit deren Wirtschaft und vor allem den Menschen in den Land schweren Schaden zugefügt. Denn nach der Abwertung des britischen Pfunds waren ihre Ersparnisse an Einkommen plötzlich viel weniger wert als noch am Tag zuvor. Gleich danach, im Jahr 1993, gründete Soros dann ein Netz aus Open Science in Osteuropa und begann darüber, massiv politische Macht auszuüben, um seine Geschäfte zu unterstützen. Soros spekuliert mit Währungen und Staatsschulden und er nutzt seine Macht, um diese Geschäfte abzusichern und lukrativer zu machen. Trotzdem sollen wir glauben, dass Bill Gates, George Soros und all die anderen Oligarchen nach den Gründungen ihrer Stiftungen von Salos zum Paulus geworden sind und dass sie plötzlich nur noch Gutes tun und all ihr Vermögen zum Wohle der Menschheit verschenken wollen, nachdem sie ihre Milliarden zuvor durch skrupellose Geschäftsmethoden, bei denen sie lächelnd über Leichen gegangen sind, verdient haben. Im März 1998 konnte man in einem Spiegelartikel mit der Überschrift Monster Microsoft unter anderem lesen, heute gilt Bill Gates als der gnadenlose Geschäftsmann, der weltweit als Bedrohung. Wie in einem Zerspiegel sehen Amerikaner, Asiaten und Europäer jetzt die böse Fratze eines Genies, der die Welt mit seiner Informationstechnik beherrschen will. Gates wolle die Welt nicht bloß verändern, meinen bereits 1993 seine Biografen Stephen Mainz und Paul Andrews. Er will sie beherrschen. Microsoft nutzt sein Monopol auf ungesetzliche Weise, um seine Alleinherrschaft zu verteidigen und zu erweitern, erklärte Ende Oktober vergangenen Jahres das streitbare Justizministerium. An Versuchen, die Dampfwalze Microsoft zu stoppen, mangelte es nicht. Doch alle sind gescheitert an den knallharten Geschäftsmethoden und der weitsichtigen Strategie des Firmengründers. Heute diffamieren die Medien jeden, der Gates Vorwurf der Volle die Welt beherrschen. Als Verschwörungsideologen und selbsternannten Faktenchecker stützen sich auf jede Kritik an Bill Gates und seine Methoden und bezeichnen Kritik aus Verschwörungstheorien. Was die Medien in den 90er Jahren noch selber getan haben, nämlich die Methoden von Gates zu kritisieren, das bekämpfen sie heute mit Inbrunst. Die Gründe dafür werden wir im Kapitel über die Medien noch genauer anschauen. Aber eines kann ich vorweg nehmen. Es hat nichts damit zu tun, dass Bill Gates oder seine Methoden sich geändert hätten. 1994 hat Bill Gates zunächst die William H. Gates Foundation gegründet. die von seinem Vater geleitet wurde. Im Jahr 1999 gründete er dann die Bill & Melinda Gates Foundation, die im Jahr 2000 mit der William H. Gates Foundation und einer weiteren von ihm gegründeten Stiftung fusioniert wurden. Fast von Anfang an wurde an der Bill & Melinda Gates Foundation genau die Kritik geäußert, die ich auch in diesem Buch äußerte. Die Foundation beteiligt sich an den Firmen, die an den philanthropischen Projekten von Bill Gates verdienen. Mehr noch, Bill Gates beteiligt sich an den Firmen, die die Probleme gegen die angeblich kämpft erst erschaffen haben oder zumindest verschärfen. Das bedeutet, dass Bill Gates sowohl an der Schaffung der Probleme, die er lösen will, verdient, als auch an den Lösungen, die er anstößt und fördert. 2015 zum Beispiel konnte man in Deutschland folgende Kritik lesen. Mit einem Budget von mehr als 42 Milliarden Dollar ist die Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates die reichste und mächtigste der Welt. Mit diesem Geld bestimme sie über die Zukunft aller gesellschaftsrelevanten Bereiche wie Gesundheits, Bildung, Landwirtschaft, Armuts und Hungerbekämpfung, sagte die Autorin Katrin Hartmann. Doch das seien Bereiche, die unter demokratische Kontrolle gehören und nicht unter die von Milliardärstiftungen. In der Stiftung selbst sitzen Angehörige der Pharma- und Saatgutindustrie, wie beispielsweise Monsanto. Man kann praktisch sagen, die Stiftung selbst ist eine Lobbyorganisation und Privatisierungsmaschine. Und man muss durchaus die Frage stellen, möglicherweise ob der Schaden, der durch die Investments angerichtet wird, die diese Stiftung tätigt und mit denen sie ihre vielen Milliarden generiert, nicht sogar zu anderer Stelle womöglich die Hilfsprogramme zunichte macht oder erst die Probleme schafft, gegen die die Stiftung kämpfen will. So habe die Stiftung 2007 im Niger Delta ein Impfprogramm gegen Polio gestartet. Die Menschen dort litten allerdings unter katastrophalen Folgen der Ölförderung wie Asthmat und einem schlechten Immunsystem. Im selben Jahr habe die Stiftung 423 Millionen Dollar in Aktien von BP, Exxon und Shell investiert. Das sei bis heute so. Die Stiftung investiert in Konzerne der Öl, Kohle, Chemie und Bergbauindustrie. Darunter befinden sich einige der schmutzigsten Konzerne der Welt. Dass den Unternehmen, denen nicht nur Umweltzerstörung, sondern auch Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, kann. Da kann man, wenn man es genau nimmt, sagen, die Stiftung hilft mit Blutgeld. Ebenfalls 2015 hat der britische Guardian sehr ausführlich über ein Beispiel aus Südafrika berichtet. Dabei geht es darum, wie Bill Gates sich die Projekte für Abwasserreinigung hat feiern lassen, während die Menschen in den betroffenen Gegenden unter den Umweltschäden von Ölraffinerien leiden, an denen Bill Gates beteiligt ist. Doch es gibt hohe Asthma und Krebsraten. Aber Bill Gates hat nichts gegen die Umweltverschmutzung, sondern verdiente kräftig daran mit. 2006 hatte Bill & Melinda Gates Foundation zusammen mit der Rockefeller Foundation die Allianz for a Green Revolution in Afrika, AGRA, Deutsch Allianz für eine grüne Liberation in Afrika gegründet, die sich folgendes Ziel gesetzt hatte. Bis 2020 die Ernährungsunsicherheit in 20 Ländern um 50 Prozent zu reduzieren, die Einkommen von 20 Millionen Kleinbauern zu verdoppeln und 15 Ländern eine grüne Liberation zu ermöglichen, die Kleinbauern unterstützt, die Umwelt schützt und die Anpassung an den Klimawandel erleichtert. Alleine Bill Gates hat Agra über 600 Millionen Dollar zukommen lassen. 2016 hat eine Studie von Global Justice Now herausgearbeitet, warum es bei dem Projekt tatsächlich ging. Das Projekt von Gates und Rockefeller konzentrierte sich nicht etwa auf die schwachen Regionen Afrika, sondern auf die landwirtschaftlichen erfolgreichsten Regionen, in denen das Saatgut noch zwischen den örtlichen Bauern getauscht wurde. Sprich, die Millionen Kleinbauern züchten und tauschten untereinander das wertvolle Saatgut ihrer Pflanzen. Da Gates und Rockefeller aber an den Konzernen wie Monsanto, Dow, Chemical, BASF, Bayer und anderen beteiligt waren, hatten deren Hilfsprogramm zwei Ziele. Erstens sollten die Bauern auf Hybrid-Saatgut, also genetisch verändertes Saatgut, umsteigen. Zweitens sollten sie mehr chemisches Düngemittel einsetzen. All das dient offiziell natürlich dem Ziel, die lokale Landwirtschaft effektiver zu machen und so den Hunger zu bekämpfen, Die von Gates und Rockefeller gegründete Agrar setzte sich dafür ein, dass nur noch zertifizierte Saatgut gehandelt werden sollte, wodurch der Handel mit bäuerlichem Saatgut illegal geworden wäre. Das geistige Eigentum der Patente von gemanipulierten Hybrid-Saatgut soll gesetzlich geschützt werden, was den Agrarkonzernen neue Märkte und Monopole erschließen würde. Es war also genau das Prinzip, das sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch zieht. Die Philanthropen entdecken ein edles Ziel, nämlich in diesem Fall Afrika, eine grüne Revolution zu bescheren und die Landwirtschaft dort zu verbessern, um den Hunger zu bekämpfen. Das klingt gut, um die Staaten ein, das Projekt finanziell zu unterstützen. In diesem Fall haben die Steuerzahler der USA, Deutschlands und Großbritanniens das gewünschte Geld obendrauf gelegt. Das eingesammelte Geld ging dann an große Konzerne, in diesem Fall Bonsanto und Co., an denen die wohltätigen Philanthropen beteiligt waren. Und in diesem Fall sollte die grüne Revolution in Afrika die Landwirte auch noch dauerhaft in die Abhängigkeit der Konzerne treiben, was denen neue Märkte eröffnete und sie dauerhaft sichert. Erinnern Sie sich an Usate, die US-Behörde, deren Aufgabe es ist, den US-Konzernen neue Märkte zu eröffnen. Natürlich ist Usate ein Partner von Agra. Das waren nur Beispiele für das Vorgehen der Bill & Melinda Gates Foundation. Die Liste ließ sie sich fortsetzen. Bei jedem seiner Projekte oder Programme ist es das gleiche Spiel, wobei Gates langfristig denkt und die Umsetzung gerne auch ein Jahrzehnt dauern kann. Aber es geht immer noch darum, die Macht und das Vermögen von Gates zu erhöhen. Das Geschäft seines Lebens hat Gates aber mit der Covid-19-Pandemie gemacht. Denn wie wir gesehen haben, fließt fast alle von den westlichen Staaten bereitgestellten Gelder auf die ein oder andere Weise direkt in die Taschen der von Gates kontrollierten Organisationen. Und dieses Mal reden wir nicht von Milliarden, sondern von Hunderten Milliarden. Da die Bill & Melinda Gates Foundation in jedem Kapitel dieses Buches aufgetaucht ist, ist schon offensichtlich geworden, dass Bill Gates bei der Pandemie wie die Spinnen im Zentrum des Netzes setzt. Ich werde daher in diesem Kapitel nicht noch einmal alle Organisationen, Schlüsselfiguren und Veranstaltungen aufzählen, die wir schon kennengelernt haben und mit denen Gates zu tun hatte. Es ist im Übrigen gut möglich, dass Rockefeller auch im Zentrum des Netzes sieht. Aber wie gesehen geht die Rockefeller Foundation nicht so transparent mit ihren Geldern um und lenkt vieles über Dark Money. Aber auch Rockefeller taucht wie gesehen bei der Pandemievorweigung fast überall als Unterstützer auf. Da muss sich der Bill & Melinda Gates Foundation sogar ein Lob aussprechen. Keine andere Stiftung lässt den Besucher ihrer Seite so transparent die Förderprogramme durchsuchen wie sie. Man sieht immer sofort und übersichtlich, wann wie viel Geld zu welchem Zweck an wen geflossen ist und kann in der Datenbank nach Lust und Laune herumsuchen. Hinzu kommt, dass die Bill & Melinda Gates Foundation auch eine Liste ihrer Beteiligungen veröffentlicht hat. Das ist zwar offenbar nicht vollständig, denn manchmal findet man Pressemeldungen über Investitionen in Firmen, die nicht auf der Seite gezeigt werden. Aber immerhin, die meisten anderen Foundations sind mit Angaben darüber, in welche Firmen sie investiert sind, wesentlich sparsamer und haben keine solche Listen veröffentlicht. Schon die wenigen von der Bill & Melinda Gates Foundation veröffentlichten Beteiligungen sind interessant genug. Daher werden wir uns nun um die von der Bill & Melinda Gates Foundation genannten Beteiligungen anschauen, um einen Eindruck davon zu bekommen, an welchen Aspekten der Covid-19-Pandemie Bill Gates Geld verdient. Und dabei muss ich daran erinnern, über die Verteilung von Milliarden, die Staaten seit Anfang 2020 für den Kampf gegen Covid-19 locker gemacht haben. Wacht Bill Gates selbst, denn sie gehen an NGOs und Organisationen, die er vollständig oder größtenteils kontrolliert. Er wird also sicherlich dafür sorgen, dass die Firmen, an denen er sich beteiligt hat, möglichst viel von dem Kuchen abbekommen, bei denen Impfstoffen haben wir schon gesehen, dass das geklappt hat. Gates ist an Biontech und Pfizer beteiligt. Und deren gemeinsamer MNRA-Impfstoff hat sich im Westen durchgesetzt. Andere Impfstoffe, Johnson, AstraZeneca und Moderna, spielen kaum eine Rolle. Und Impfstoffe, an denen westliche Konzerne kein Geld verdienen, z.B. der russische Sputnik, werden im Westen nicht zugelassen oder sogar von der WHO auf die lange Bank geschoben, damit sie Biontech-Pfizer im COVAX-Programm zur weltweiten Impfung gegen Covid-19 keine Konkurrenz machen können. Die Bill & Melinda Gansportation hat drei Thesenkomplexe, auf die sie sich konzentriert. Der erste Themenkomplex ist mit globaler Entwicklung überschrieben und beinhaltet Fragen der Ernährung, und der Landwirtschaft. Dass diese schön klingende Überschrift nicht das meint, was man darunter verstehen soll, zeigt das Beispiel der grünen afrikanischen Revolution. Unter dem Deckmantel, die Ernährungssituation in Afrika zu verbessern, wurden traditionelle Saatgutlieferketten zerstört und stattdessen gemanipulierte Saatgut in die Maut gedruckt, an dem Gates wiederum über seine Beteiligungen verdient hat. Die Ernährungssituation in Afrika ist jedoch nicht besser geworden, aber dafür ist die Geldbörse von Gates angewachsen. Entsprechend finden sich in den Investments der Bill & Melinda Gansportation viele Firmen, die mit Landwirtschaft Geld verdienen, und Firmen, die mit gemanipulierten Pflanzen zu tun haben. Dass Bill Gates 2021 auch der größte Besitzer landwirtschaftlicher Flächen in den USA geworden ist, passt gut ins Bild. Er hat dabei die Preise für Ackerland massiv in die Höhe getrieben, um Farmland für kleine Landwirte unerschwinglich gemacht. Damit er sie langfristig aus dem Markt drängen dürfte. Der zweite Themenkomplex, den Gates fördern will, ist die globale Gesundheit. Gesundheitsthemen, Kampf gegen Viren und Bakterien als Krankheitserreger, sind das wichtigste Standbein der Bill & Melinda Gates Foundation. Vor Beginn der Arbeit an diesem Buch habe ich die These gehört, Gates habe die weltweite Gesundheitsversorgung monopolisiert, was ich für übertrieben gehalten habe. Diese Meinung muss ich inzwischen revidieren, denn bei diesem Gesundheitsschema, auf das ich bei der Arbeit an diesem Buch gestoßen bin, tauchte die Bill & Melinda Gates Foundation auf. Ich mag solche plakativen Formulierungen nicht, aber hier ist sie passend. Die eine Krake hat Bill Gates seine Tentakel in jedem Bereich der weltweiten Gesundheitsversorgung ausgestreckt. Er beherrscht die WHO und alle wichtigen NGOs auf dieser Welt mobilisiert, er Milliarden an Steuergeldern weltweit. Über deren Verwendung er dann entscheidet und woran er dann verdient. Zu dem Thema globale Gesundheit gehört auch die Geburtenkontrolle, weshalb sich im Portfolio der Foundation einige Firmen aus diesem Gebiet finden. Der dritte Kimmelkomplex der Bill & Melinda Gates Foundation ist im Zusammenhang mit der Pandemie unwichtig, aber er spielt ebenfalls in die nachhaltige Entwicklungsziele der UNO-SDG hinein. Denn dabei geht es um die Bildung, was wieder gut klingt, bedeutet aber, dass Gates ganz konkret Einfluss herausnimmt, was Kindern in Lehrplänen vermittelt werden soll. Und dabei liegt der Schwerpunkt auf ideologischen Themen. Es geht um die Indoktrinierung der zukünftigen Generationen mit dem Weltbild von Bill Gates. Um Bildung in dem Sinne, wie man das Wort normalerweise versteht, geht es dabei nicht. Wenn Gates flächendeckend vorgeben möchte, wie die kommenden Generationen über bestimmte Themen denken, geht es um nicht weniger als die Umerziehung der Menschheit in die Richtung, die Gates haben möchte. Ich weiß, das klingt auxtrus, aber in dem Kapitel über die SDG werden wir das Thema anreißen. Mehr als anreißen ist hier nicht möglich, denn die 17 SDG und ihre teilweise mehr als 10 Unterpunkte würden ein eigenes Buch füllen. Kommen wir nun zu den Investments der Bill & Melinda Gates Foundation. Wir werden uns hier nur einen kleinen Teil der Investments anschauen, auf der Seite der Foundation genannt werden. Meine Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, zumal auf der Seite sicher nicht alle Investments von Bill Gates gezeigt werden. Wir schauen uns nur Investments der Firmen an, die im Bereich der Medizin unterwegs sind. Ich werde alle Investments ignorieren, bei denen es vordergründig um Bakterien, Tiermedizin und Tierimpfstoffe geht. Und nur die Investments aufzählen, die einen Bezug Viren haben. Sei es deren Behandlung, Impfung dagegen, die Forschung an ihnen und so weiter. Beginnen wir mit dem Thema Impfstoffe. Im Januar 2011 hat die Bill & Melinda Gates Foundation in Liquida investiert. Liquida hat eine eigene Technologie, die die Entwicklung und Herstellung hochgradig einheitlicher Arzneimittelpartikel und präziser Kontrolle über die Größe, dreidimensionale geometrische Form und chemische Zusammensetzung der Partikel ermöglicht. Durch die Kontrolle dieser physikalischen und chemischen Parameter der Partikel ermöglicht Print die Entwicklung wünschenswerter pharmakologischer Vorteile für Produktkandidaten, darunter eine verlängerte Dauer der Wirkstofffreisetzung und höhere Wirkstoffbeladung. Bequemere Verabreichungswege, die Möglichkeit zur Herstellung neuartiger Kombinationsprodukte, eine verbesserte Lagerung und Stabilität sowie prozentual zur Verringerung unerwünschter Nebenwirkungen. Liquida arbeitete unter anderem mit dem Pharmakonzern Sanders zusammen. Im September 2012 hat die Bill & Melinda Gates Foundation in die Firma Atreca investiert, um die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Impfstoffe und Therapeutika für menschliche Infektionskrankheiten zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit ist intensiv und der Träger listet als Partner der Bill & Melinda Gates Foundation, Plaxus, Miss Klein, Novartis, Johnson & Johnson, Sanofi, Pfizer und einige unserer altbekannten NGOs auf. Im April 2013 hat die Bill & Melinda Gates Foundation in BioE investiert, die innovative Ansätze zur Senkung der Kosten für die Impfstoffproduktion entwickelt. Das ist in der Pandemie besonders interessant, denn Bill Gates verdient nicht nur an Impfstoffen, sondern auch, wenn die Impfstoffhersteller eine Impfstoffproduktion aufbauen. Er verdient an der gesamten Wertschöpfungskette des Impfstoffproduktions. BioE listet als Partner unter anderem die Bill & Melinda Gates Foundation, die Clinton Foundation, CEPI, Gavi, Plaxus, Miss Klein, Merck, PASS, die WHO und diverse staatliche Gesundheitsbehörden auf. Im Oktober 2014 hat die Bill & Melinda Gates Foundation in Erbenex investiert, die an Impfstoffen gegen Lungenentzündungen forscht. Im März 2015 hat die Bill & Melinda Gates Foundation in die deutsche Firma Kürbeck investiert, wo es konkret um die Forschung an mRNA-Impfstoffen ging. Im September 2019 hat die Bill & Melinda Gates Foundation in BioNTech investiert. Auch in Pfizer hat die Bill & Melinda Gates Foundation investiert, nennt allerdings kein Datum. Auch an Firmen, die an Test- und Diagnosesystemen Geld verdienen, ist die Bill & Melinda Gates Foundation beteiligt. Im September 2020 hat die Bill & Melinda Gates Foundation in die Firma Airbot investiert, die einen Covid-19-Schnelltest entwickelt hatte. Ebenfalls im September 2020 hat die Bill & Melinda Gates Foundation in BioSensor investiert, die auch einen Covid-19-Schnelltest auf den Markt gebracht hatten. Und nun kommt wieder eine der besonderen glücklichen Zufälle ins Spiel. Am 28. September 2020 hat die WHO ein Programm verkündet, das viel Geld bereitgestellt hat, um den armen Ländern der Welt Covid-19-Schnelltests zur Verfügung zu stellen. Es gibt dutzende Hersteller solcher Schnelltests weltweit. Raten Sie mal, wer die glücklichen waren, die sich über eine Großbestellung der WHO freuen durften. Haben Sie es erraten? Die WHO schrieb, Vereinbarungen zwischen der Bill & Melinda Gates Foundation und den Testerstellern Airbot und SD Biosensor machen innovatische Tests zu einem Preis von maximal 5 US-Dollar für Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen verfügbar. Das Geld kam aus Programm Covid-19-Tools Act Acclarator, das von der EU mit den Geldern der Geberkonferenz im Mai 2020 finanziert wurde. Bei dem WHO-Programm ging es um 120 Millionen Tests zu 5 Dollar pro Stück. Es ging also um 600 Millionen Dollar. Die die Abbott und Biosensor von der WHO bekommen sollten. Und Bill Gates, der massiv Einfluss auf die Entscheidungen der WHO hat, hat sich rein zufällig an den beiden Herstellern von Schnelltests beteiligt, die sich nach dem gleichen Monat über einen Großauftrag der WHO freuen durften. Zufällig gibt es auch die Behandlung von Covid-19-Erkrankungen. Das ist ein erträgliches Geschäftsfeld. Im Juni 2016 hat die Bill & Melinda Gates Foundation in Just Biotherapeutics investiert und schrieb dazu, Just Biotherapeutics entwickelt eine integrierte Technologieplattform, um die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Biologiker zu deutlich niedrigeren Kosten zu beschleunigen und so den weltweiten Zugang zu Biologiker zu erweitern. Die Investition der Stiftung unterstützt den Bau einer Produktionsanlage im Gegenzug für den Zugang zu einer kostengünstigen Produktion von Produktkandidaten für die globale Gesundheit. Die Stiftung unterstützt auch die Technologieentwicklung von Just, arbeitet mit dem Unternehmen bei mehreren Produkten zusammen. An dieser Technologie fand die deutsche Biotechnologiefirma Evotec gefallen und sie ist im Mai 2019 bei Just Biotherapeutics eingestiegen. Im Zuge der kurz darauf ausgerufenen Pandemie hat das US-Verteidigungsministerium einen Auftrag zur Produktion von Covid-19-Antikörpern an Just vergeben, worauf die Biller Melinda Gates Foundation sich im Oktober 2020 in ungenannter Höhe auch an Evotec beteiligt hat. Das Geld dafür ist aus dem Covid-19 Therapeutics Acclarator, also dem von der EU aufgelegten Programm gekommen, wie die ARD berichtet hat. Die in den USA nun als Just Evotec firmierte Firma hat daraufhin in aller Eile eine Produktionsstätte für Covid-19-Antikörper aus dem Boden gestampft und den Betrieb im August 2021 aufgenommen. Bill Gates verdient damit auch an der Behandlung von Covid-19. Im Oktober 2020 hat die Biller Melinda Gates Foundation sich auch an Lilly M. App beteiligt, einer Firma, die sich ebenfalls Covid-19-Antikörper produziert. Und das ebenfalls im Oktober 2020 gab Lilly bekannt, dass sie in den Genuss von Aufträgen aus dem Covid-19 Therapeutics Acclarator gekommen ist und dank ihrer Vereinbarung mit der Biller Melinda Gates Foundation nun im Rahmen des von der EU aufgelegten, finanzierten Covid-19 Therapeutics Acclarator-Antikörper produzieren wird. Lilly arbeitet mit monoklonalen Antikörpern zur Behandlung von Covid-19. Im Oktober 2020 hat die Biller Melinda Gates Foundation sich an Lilly beteiligt. Und im November 2020 hat das Antikörpermedikament von Lilly in der USA eine Notfallzulassung erhalten. Auch hier scheint es offensichtlich so zu sein, dass es sehr hilfreich ist, Bill Gates als Investor in die eigene Firma zu holen, wenn man Aufträge im Rahmen der EU-Programme und anderer staatlichen Programme bekommen möchte. Meine weiter oben aufgestellte Behauptung, dass Bill Gates die Verwendung der von der EU zur Bekämpfung von Covid-19 eingesammelten Steuergelder kontrolliert, findet eine Bestätigung nach der anderen. Nun wollen wir uns noch andere Beispiele für die Beteiligung der Biller Melinda Gates Foundation anschauen, die nicht ohne weiteres einem konkreten Thema zuzuordnen sind, aber trotzdem mit Covid-19 in Verbindung stehen, oder zumindest in Verbindung stehen könnten. Im April 2013 hat die Biller Melinda Gates Foundation sich an Anacor Pharmaceuticals beteiligt. Das Beispiel zeigt auf, wie gut Bill Gates an seinen Investments verdient. Denn Bill Melinda Gates Foundation hat selbst ganz stolz einen Bericht verlinkt, in dem berichtet wird, dass Investments der Melinda Gates Foundation Anacor Pharmaceuticals in Höhe von 221 Millionen Dollar innerhalb von zweieinhalb Jahren einen Wert von 4,5 Milliarden Dollar bekommen hat. Das Investment wurde seinerseits mit den üblichen, schönen Worten begründet. Die Biller Melinda Gates Foundation wolle Anacor bei der Erforschung von Medikamenten gegen Tuberkulose und anderen Krankheiten helfen wolle. Gates hat an dem Edenen Ziel richtig gut verdient, denn der Wert seines Investments hat sich innerhalb kürzester Zeit verzwanzigfacht. Im September 2013 hat Biller Melinda Gates Foundation in Global Health Investments Fund investiert, den die Biller Melinda Gates Foundation zusammen mit JP Morgan managt und der Gelder einsammelt, die die Firmen investiert werden, die im Gesundheitsbereich forschen. Es geht also wieder darum, einerseits die Finger auf Technologien zu bekommen und andererseits daran zu verdienen, wenn diese Technologien von staatlichen Hilfsprogrammen in Form von Medikamenten oder Impfstoffen bestellt werden. Im November 2016 hat die Biller Melinda Gates Foundation gemeldet, dass die Kainab Group 100 Millionen Dollar für ein Forschungsprojekt eingesammelt hat. Die Firma ist demnach führend bei der Erforschung monoklonaler Antikörper, die nun zur Behandlung der Covid-19 eingesetzt werden. Und ihre Forschung wurde auch durch Folgeinvestitionen ihrer bestehenden Aktionäre ermöglicht. Als solche Aktionäre wurden unter anderem die Biller Melinda Gates Foundation und der Weltkontrasse genannt. Im September 2017 hat die Biller Melinda Gates Foundation sich an Immunochore beteiligt, um deren Forschung an T-Zell-Rezepter basierter Behandlung von Infektionskrankheiten zu unterstützen, auf deren Basis dann natürlich Medikamente entwickelt werden sollen. Schon im Januar 2012 hat die Biller Melinda Gates Foundation die Gründung des Global Health Investments Fund unterstützt, deren Firmen investiert, die an der Entwicklung von Medikamentenimpfstoffen und Diagnosetools arbeiten. Im August 2019 hat die Biller Melinda Gates Foundation ihr Investment erhöht und dem Investmentfonds zu ermöglichen, als führender Investor den Investmentfonds mit Adjuvant einzusteigen. Adjuvant investiert in zahlreiche globale Gesundheitsprojekte, darunter Infektionskrankheiten, sexuelle und reproduktive Gesundheit und Ernährung. Adjuvant nennt man als strategische Investoren, die in den Fonds investiert sind. Neben der Biller Melinda Gates Foundation unter anderem auch Novartis, Merck, die Ford Foundation und deutsche KfW und das deutsche Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Diese Investments im Fonds sind aus Sicht der Transparenz mehr als kritizierenswert. Denn wenn die Biller Melinda Gates Foundation ihr Geld in Investmentfonds steckt, die wiederum in andere Investmentfonds investiert, dann wird damit verschleiert, auf welche Firmen die Biller Melinda Gates Foundation Einfluss hat und woran sie Geld verdient. Das Thema hatten wir beim Thema Rockefeller Foundation schon. Denn bei Rockefeller ist aufgrund der verschachtelten Beteiligung nicht mehr erkennbar, woran der Rockefeller-Klan war beteiligt ist und woran der Klan Geld verdient. So werden Interessenkonflikte verschleiert. Aber das ist gewollt, denn die wohltätigen Adjuance sind nicht daran interessiert, dass es für die Öffentlichkeit nachvollziehbar ist, woran sie Geld verdienen. Der Weltkontrast lässt seine Beteiligung deshalb teilweise oder vollständig über Offshore-Firmen laufen, um sie zu verschleiern. Die Beteiligung der Biller Melinda Gates Foundation zeigen zweifelsfrei auf, dass Bill Gates sich im Gesundheitsbereich sehr breit aufgestellt und die weltweite Gesundheitspolitik im Grunde monopolisiert hat.